Herzlich willkommen zum nächsten YouTube-Video von mir. Mein Name ist Eugen Denisenko, ich bin hauptberuflicher Futures Trader und Gründer der Trag-Galaxy. Und ja, in diesem Video geht es um die Fremdkapital-Challenge, die ich vor einigen Monaten angefangen habe. Ich habe es ja besprochen, dass ich diese Fremdkapital-Challenge natürlich zu Ende bringen werde. Denn die Intention dahinter war es, zum einen dir aufzuzeigen, A, mit welchen Ansätzen ich eine solche Evaluation angehe, wie ich dann überhaupt trade. Und C, wie man dann im Grunde genommen das qualifizierte Konto, sein Funded-Konto, dann auch aufbaut. Und bis zur ersten Auszahlung eines Fremdkapital-Anbieters, bis dahin sollte diese Fremdkapital-Challenge gehen. Und heute geht es dann dementsprechend jetzt in den nächsten Handelstag. Kleine Info am Rande, der Anbieter, bei dem ich gerade diese Challenge mache, nextproptrader.com, hat eine Rabattaktion mit bis zu 40%. Also, wenn du noch partizipieren möchtest an einer solchen Evaluation, dann schnapp jetzt zu. Falls du das Video schaust und die Aktion schon vorbei ist, bis Mittwoch geht das Ganze diese Woche, dann kannst du immer noch mit dem Code TRALGO10 einen kleinen Rabatt abstauben. Und ja, in der Hinsicht würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Charts und traden mal das Opening. So, dann machen wir am Workspace weiter. Und wir haben jetzt drei Minuten vor Cash Open, sprich wir haben jetzt nicht viel Zeit, uns großartig darauf vorzubereiten. Ich werde jetzt aber auch nochmal in das Workspace hier die P&L-Anzeige reinziehen, sodass du auch hier in Echtzeit nachverfolgen kannst, wie denn gerade der Stand der Dinge ist. Wir haben ja das letzte Mal mit 7575 Profit geschlossen. Das ist auch das, was man hier im Dashboard sehen kann. Wir haben in den Statistiken insgesamt ein Gewinn von 7735. Zwei Handelstage haben wir bislang hinter uns gebracht. Und ja, schauen, dass wir zu unserem Ziel näher kommen. 15.000 ist ja das Ziel in dieser Evaluation. Und da schauen wir mal, was wir heute hier dann mitnehmen können. Wie man sehen kann, ist das Workspace ein klein wenig anders als zur letzten Episode. Das liegt darin, dass ich jetzt hier mein Scalping Workspace aufgerufen habe. Da legt man einen größeren Wert auf die Tick-basierten Charts, wie hier den 900er Tick-Chart, worüber man wunderbar die aktuell zugrunde liegende Price Action erkennen kann, analysieren kann und nach der man auch rein technisch traden kann. Und im oberen Segment sieht man hier dann auch die Orderflow-Analyse. In dem Fall ist es eine Heatmap mit der Software von Bookmap. Kann man aber auch genauso, beziehungsweise kann man genauso mit der Atas Heatmap machen. Also man muss sich da nicht zwangsweise auf Bookmap festlegen, wenn man die Extrakosten nicht auf sich nehmen möchte. Da gibt es auch gute Alternativen in Atas. Die Analysen, die habe ich bereits gestern in der Marktanalyse mit unseren Klienten gemeinsam erstellt. Sprich, die lade ich jetzt hier einfach nur rein. Eine Marktanalyse neu müssen wir jetzt hier nicht aufsetzen. So, zack, zack, eine Minute haben wir noch. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen ins Zeug legen. So, S&P. S&P Kunden-Chart und der Footprint-Chart bleibt in Ordnung. Das sind die Marktanalysen. Wir haben jetzt reingeladen, der S&P etwas tiefer als der Nasdaq. Wir haben eine schöne Liquiditätsverschiebung aktuell noch unten. Wir sehen jetzt auch tolle Liquiditätszonen. Was wir gleich natürlich im Laufe des Openings tun werden, ist es, die vergangenen Liquiditätszonen uns mal genauer anzuschauen. Wo dann in der Vergangenheit interessantere Preisbereiche waren. Wir sehen aber definitiv ein Short-Profil, ein Short-B. Also rein Intraday-Kontext-technisch sind wir Short. In der Price-Action hatten wir jetzt einen kurzzeitigen Umbruch. Und jetzt geht es auch schon direkt los. Mit dem Opening müssen wir jetzt hier nochmal das richtige Konto wählen. Risiko-Management fahren wir mit 60 Tick Stop-Loss und lassen den Tick Profit offen. Bauen die ersten Positionen mit zwei Lots auf. Das muss natürlich noch gestartet werden. Und dann legen wir los. Die Backorder wurde hier reingeholt. Der Markt hat direkt gehalten. Also wir sehen, wie wir hier schlagartig abgelehnt haben, nachdem hier die Order gefüllt wurde. Die ersten Impulse gehen nach oben. Dann haben wir hier über die Tiefs hier vom Vorteil gehen. Das war diese kleine Sammelfase hier, die man im neuen Hundert-Tick-Chart sehen kann. Das war auch der Price-Action-Umbruch, bis er dann hier gesammelt hat. First Move könnte jetzt der Wrong Move gewesen sein. Und wenn es jetzt hier gleich in das Hauptvolumen vom Vortag, vom Freitag geht, beziehungsweise darüber, dann könnte man die ersten Long Trades hier über diesem lokalen Hoch suchen. Das muss ich aber erst bestätigen, weil aktuell sehen wir immer noch mehr Short als Long Potenzial. Wir haben ja diese große Big Order hier gehabt. Die Liquiditätszone schauen wir uns gleich mal genauer an. Wir sehen Liquiditätsbildung unterhalb. Und hier laden die einen Floor auf. Da wird gerade schön aufgeladen. Da hätten wir uns auch schon noch die erste Absorption. Ich bin gespannt, ob die Absorption hier hält oder ob wir gleich durchbrechen. Wenn wir durchbrechen, dann könnte es ordentlich knallen. Dann suchen wir definitiv hauptsächlich die Shorts. Wenn es sich um eine erfolgreiche Absorption handelt, dann würde man die Longs erst über dieser Sammelfaser da oben suchen. Aber aktuell sieht das auf jeden Fall Short aus. Und wir werden auch wahrscheinlich gleich in den Bruch dann reingehen, wenn diese Absorption nicht hält. Im S&P sehen wir auch Cluster-Bildungen, starke Cluster-Bildungen. Und ja, hier könnte es ebenfalls zu einer Absorption kommen. Sehr viel Volumen, welches hier umgesetzt wird. Im Preisbereich der 15.030. Und das wird wieder absorbiert. Also scheinbar sitzen hier tolle, großartige, passive Käufer, die die ganzen Abverkäufer absorbieren. Das spiegelt sich auch im kumulativen Delta wunderbar wieder. Denn hier haben wir gerade eine Delta-Divergenz. Und unser Ziel ist es jetzt, dass sich diese auflöst. Und wenn diese Absorption hier unten ein Erfolg ist, dann könnte man dann gleich auch, wie gesagt, über dieser Sammelfase die Longs suchen. Das ist auch das, was wir machen werden. Oh, da wollen wir nicht mit 5 rein. Okay, da wollen wir jetzt mit 5 Kontrakten reingeholt, obwohl ich mit 2 rein wollte. Ein bisschen zu spät reagiert. So, ganz, ganz starker, aktiver Kauf nach dieser erfolgreichen Absorption der passiven Käufer. Und in dieses Momentum wollen wir uns im Grunde genommen jetzt reinstoppen lassen. Mein Ziel wäre es jetzt mal auf bis zu 6 Kontrakte, zuvor war mein Ziel, bis zu 6 Kontrakte auszubauen. Mit 5 sind wir schon drin. Also wenn das Ganze jetzt hier anzieht und dann durch die Sammelfase da oben durchbricht, dann würde ich dann auch in das Momentum nochmal an der 63 einen weiteren Kontrakt reinholen, dass wir dann auch mit den 6 Kontrakten drin sind. Stop Loss bleibt bei 60 Ticks. Das Ziel, ja das Ziel für den Trade wäre mal, wie gesagt, wir müssen erstmal die 60, die 66 hier brechen. Das ist die obere Kante dieses Hauptvolumens vom Vortag. Wenn wir diese brechen, geht es erstmal zur 75. Das war der Spike, die High-Volume-Note hier vom Vortag. Da könnte es noch zu einer möglichen Ablehnung kommen. Wenn wir auch diese brechen, dann sind wir auf jeden Fall im Low-Volume, in der Low-Volume-Phase. Ich bin aber auch rein theoretisch nicht davon abgeneigt, wie gesagt, kleinere Microsculptreads zu machen, sprich auch dann nämlich immer wieder an das Momentum reinzustoppen, abzusichern an den relevanten Ablehnungszonen wie dieser jetzt gerade. Das ist nämlich eine. So, wir nehmen mal die ersten 1.000 mit. Die ersten 1.100. Warum? Wir sehen, dass wir hier in diesem lokalen Hoch Ablehnungen haben. Oder leichte Ablehnungsversuche an der Kante. Und da gehe ich jetzt einfach auf Nummer sicher. Wir suchen gleich die Re-Entries. Wir sichern ab. Wir haben da oben jetzt eine richtig fette Liquiditätszone, eine aktive Liquiditätszone, an der 70. Noch bauen die Käufer nicht in Richtung dieser Verkäufer auf. Wird aber gesammelt nach wie vor. Und was jetzt interessant wäre, wäre, wenn der Markt jetzt gleich durchbricht, wir sehen ja diese große Big Order zuvor, in dem Bereich wurden die Pullbacks abgelehnt und gehalten. Wenn der Markt jetzt hier gleich an diese 75 kommt, das ist ja dieser Spike, die Kante hier vom Vortrag gewesen, dann möglicherweise nach der Ablehnung, nach dem Pullback, dann Long in die Price Action sich reinstoppen lassen. Das wäre mal meine Intention jetzt bei den Re-Entries. Wenn es gleich zu einer Ablehnung kommt, dann könnte sich hier ein möglicher Range-Handel entwickeln. Deswegen auch jetzt absichern. Okay, ich werde hier gerade ein bisschen gestört. So, ich bin wieder zurück. Ich werde gerade ein bisschen gestört hier. Genau, also wir sehen eine Kumulation. Und in dem Falle, wenn man sich da gerade nicht sicher ist, wenn man an einer potenziellen Location ist, wo es zu einer Ablehnung kommen könnte, ich meine, unsere Intention ist es ja, kleinere Scalp-Trades jetzt hier mitzunehmen, dann lieber auf Nummer sicher gehen und absichern. Weil wenn der Markt entgegen einen läuft, dann ärgert man sich, warum man an so einer riskanten oder einer möglichen Hürde, warum man da nicht abgesichert hat. Wenn es natürlich durchzieht, ärgert man sich, warum man nicht drin geblieben ist. Aber in beiden Fällen ja lieber einen kleineren Gewinn mitnehmen, als dann dementsprechend irgendwie im Verlust oder Break-Eaten ausgestoppt zu werden. Und wie wir sehen können, ja, der Markt sammelt, spätestens jetzt, nach dieser Sammelfase, hätte ich den auch schon geschlossen und abgesichert. Was wir jetzt sehen möchten, ist im Grunde genommen, dass wir nach diesem Fair-Value-Gap, es könnte jetzt auch tatsächlich zu einem Fair-Value-Gap kommen, wenn wir jetzt über diesen Bereich anfangen zu sammeln, ein Fundament zu bilden, die Käufer hier nach wie vor halten. Passive Käufer sind auf jeden Fall da. Dass wir dann, nachdem wir hier auch wieder anfangen zu absorbieren, anfangen wieder aufzubauen, und sprich, ja, dieses Tief, was wir hier haben an der 60, das wollen wir halten sehen. Und das tun die auch. Da sieht man gerade wieder eine Absorption seitens der Käufer, der passiven Käufer. Sprich, nach wie vor alles long. Sprich, aktuell absolut alles für long. Und das wäre eigentlich die Situation gewesen, auf die ich, ja, gewartet habe. Da habe ich jetzt ein bisschen gepennt. Da hätte man auch schon nach der Absorption direkt long reingehen können. Genau das war der Pullback aus der Price Action, den ich sehen wollte. Gut, dann müssen wir jetzt auf die nächsten Entries warten. Gut. Sieht nicht schlecht aus. So, also genau an dieser 75, hier an diesem Point of Interest hängt er sich bereits auf. Da tut er sich schon etwas schwerer. So, und wenn er jetzt hier gleich die Marke auch durchbricht, dann wunderbar. Ansonsten könnte es sich hier gleich um eine Rotation handeln. Wie gesagt, an der Mitte eine mögliche Ablehnung der Preise, die wir hier im Vormittag gehandelt haben. Wenn das der Fall sein sollte, dann würde man die Short Ablehnungen traden an den Kanten hier, an den Kanten vom Hauptvolumen des Vortages. Aber das zeigt sich gleich noch. Der Markt ist gerade etwas gebremst unterwegs. Okay. 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 So, interessant. Also wir sehen hier eine Kumulation. Eine sehr intensive Kumulation. Schauen wir mal, was von der kumulativen Delta kommt. Relativ neutral. Stagniert aktuell der Handel. Wir haben jetzt weder eine großartige Dominanz des Handels in den Ask noch in den Bit. Also keine dominante aktive Partei. Momentum ist klar long. Also Vorteil ist auch immer noch klar long. Die Marktdynamik passt jetzt gerade aber nur noch nicht so wirklich. Das gefällt mir hier nicht. Drüber hatten wir jetzt nicht sonderlich viel Handelsinteresse gezeigt. Mal gucken, ob wir hier die Briefs nach wie vor halten. Gleich wieder die aktiven Käufer ins Spiel kommen. Okay. 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 Ja, man sieht es auch am Handelsvolumen. Das sieht man hier im unteren Histogramm. In Bookmap da hat man jetzt hier wundervolle Käufer gehabt, die hier den Markt wunderbar nach oben geschoben haben. Spiegelt sich auch hier im Histogramm wieder. Anhand des gehandelten Volumens da sieht man, hier sind ganz klar fette Käufer unterwegs gewesen, jetzt gerade stagniert es und nimmt ab. Ganz im Gegenteil, hier kommt gerade etwas mehr Verkauf rein und ja, das ist genau diese Marke, auf die ich acht gegeben habe jetzt vorhin, wo es denn zu einer möglichen Ablehnung kommen könnte und jetzt an der 65 suchen wir gleich dann auch schon die nächsten Short Trades im Optimalfall pusht er nochmal kurz hoch, bildet einen Pullback, Pullback zu 75, testet sie nochmal und lehnt dann endgültig ab. So vermeiden wir es in einen Fakeout reinzukommen, das nennt man auch den sogenannten Second Entry, wo man sich dann im Grunde genommen nach einem Pullback nochmal doppelt bestätigt und dann in die totale Ablehnung, die absolute Ablehnung dann im Grunde genommen reinkommt. Denn das ist ja das große Problem bei den Breakouts. Bei den Breakouts gehen wir sehr impulsiv hinein, also im Grunde genommen aktiv hinein, weil wir halt die Intention verfolgen halt in dieses direkte Momentum reinzutraden. Dass das nicht immer der Fall ist, ist vielen klar und dass man halt nicht immer den Tick genau einen perfekten Breakout tradet oder erwischt. Sowieso in Marktphasen wie dieser, wo ja der Markt zum hohen prozentualen Anteil ja hauptsächlich ranged, sind drei von vier Trades, die man dementsprechend so versucht impulsiv aktiv reinzugehen ohne sich doppelt bestätigen zu lassen. Meist ein Verlusttrade, weil man sich da einfach dann faken lässt durch den Fakeout und in dem Fall, ja, wir hatten jetzt den Bruch nach unten, wie man sehen kann. Pushen wieder hoch und jetzt wollen wir sehen, dass nach diesem Pullback die Käufer hier oben absorbiert werden, möglicherweise auch abnehmen und dann dementsprechend wie der aktive Verkauf reinkommt. Noch sieht das definitiv nicht aus, es dreht sich jetzt gerade wieder, die Käufer kommen wieder rein, Liquidität oben ist auch noch relativ hoch, das Handelsinteresse, wenn wir jetzt die Käufer in Richtung dieses Handelsinteresse hoch handeln sollten, dann sind wir natürlich auch definitiv long. Unten sehen wir jetzt nichts mehr, da trocknet der Markt langsam aus und rein technisch gesehen sind wir auch schon in einer long Price Action. Das absolute Ziel wäre natürlich das Tageshoch, das haben wir hier oben an der 111, jedes Mal hier hoch bis zum alten Tageshoch der 99, da oben sind die Hochs, die Tiefs hätten wir hier an der 15.004 bis zur 13, jetzt sehen wir auch schon eine Range, die sich gebildet hat, also wir haben auf jeden Fall eine Range hier heute, sind noch im Low Volume, also wir haben noch keinen wirklich krassen Preis gefunden, an dem sich der Markt jetzt festhält und den er fixiert, also wir sind nach wie vor in einer potenziellen Preisfindung, sowohl nach oben als auch nach unten ist alles offen, wir sehen jetzt noch nicht, dass sich der Markt auf einen Preisbereich hier festlegt, Tendenz definitiv nach oben, Vorteil definitiv nach oben, deswegen würde man jetzt auch hauptsächlich die Long Trades suchen, aber alles kann, nichts muss, wir haben hier im Stundenchart an der 80 eine interessante Kante, die markieren wir uns mal als globale Location, weil das jetzt ein Bereich ist, der hier getestet wird, das sieht man ja, das ist die Vorwoche, da waren wir im Low Volume, sprich, wenn es hier zu einer Preisablehnung kommen sollte, dann könnt ihr wieder unter die Kante dieses Berges hier runterzischen, das ist die 80 und wenn er gleich weiter schön aufbaut, dann könnte er hier über den Spike über die 100 kommen und wenn das der Fall sein sollte und die Preise hier darüber bestätigt werden, dann werden wieder Preise gehandelt, die letzte Woche sowieso sehr gerne gehandelt wurden, hier war eine Menge Handelsvolumen, ein sehr hohes Handelsinteresse, wie wir sehen können, jetzt hier im Stundenchart wird der Markt leicht runtergedrückt, also er schwankt jetzt hier zwischen, oben bildet sich nach wie vor Liquidität, das Handelsinteresse ist da oben, die Frage ist jetzt halt nur, ob der Markt bereit ist, dann auch in Höhe dieser oder in Richtung dieser Verkäufer an der 15.100 hoch zu handeln oder eben nicht. so und das sieht ganz danach aus, als könnten die es schaffen. So, sieht gut aus, Käufer kommen wieder rein, Backboard auf, über der Kante würde ich dann auch die Longs suchen, mit der Intention das Tageshoch rauszuholen. So, okay. Wir testen die Kante, schauen, ob wir gleich einen Pullback bekommen, Liquidität wird reingeholt, im Optimalfall kommt jetzt gleich der Pullback, die Liquiditätszone markieren wir uns hier rein, 15.100. So, Pullback kommt, wunderbar, jetzt wollen wir sehen, dass hier gehalten wird. Der erste Abverkauf wird gehalten und ein kompressiver Käufer rein. Wir wollen jetzt eine Liquiditätsverschiebung nach oben sehen. Das sieht gut aus, wir gehen Long rein mit den ersten vier Kontrakten, die nächsten zwei jagen wir bei der 111 rein. 60 Ticks top plus, 86, ja das passt. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder lehnt er jetzt hier die Kante ab oder die absorbieren hier erfolgreich und bauen nach wie vor auf, weil wir sehen die Liquiditätsverschiebung, die Preise hier unterhalb der 80 trocknen aus, oberhalb kommen wieder neue Interessenten rein beziehungsweise neue passive Markteilnehmer rein, sprich, das gesamte Handelsinteresse verlagert sich halt nach oben und so schnell sollte der Markt halt diesen Aufbau nicht wieder abbauen, so wie es jetzt aktuell zumindest aussieht. Wir sind wie gesagt immer noch in der Preisfindung, es kann alles passieren, der Markt ist immer noch im Low Volume. Was wir jetzt sehen möchten ist, dass er sich langsam auf einen Preisbereich hier fixiert, sodass wir halt einen Bias haben und so langsam sich der Tageskontext bildet und wir einfach sehen, wo das Handelsinteresse ist und wo nicht und das sieht da oben schon ziemlich gut aus. Kumulation am Tageshoch sowieso immer gut, wenn sich da oben jetzt die Clusterbildung weiterentwickelt, dann ganz klar Long, ganz ganz klar Long, dann würde ich auch weiter die Position ausbauen. Generell möchten wir oder sehen wir Clusterbildungen lieber über Extrempunkten oder unter Extrempunkten, sprich, wenn der Markt einen Tageshoch zum Beispiel rausholt, also bricht und dann darüber anfängt, das Cluster zu bilden, die Preise zu bestätigen und das Fundament zu bilden, das sieht man etwas lieber als das, was wir jetzt hier haben, kurz vor dem Tageshoch, aber sieht trotzdem gut aus. Die Pullbacks, die kommen und wenn die Pullbacks hier wieder nach oben abgelehnt werden, dann wäre es optimal. Wenn wir gleich ausgestoppt werden aufgrund einer möglichen kleineren Korrektur, dann ist das in Ordnung, dann suchen wir die Re-Entries, deswegen gehen wir auch bewusst nur mit zwei bis vier Kontrakten initial rein, um dann, wenn der Markt dann richtig anzieht und richtig anläuft, dann die Position auszubauen mit dem Stop-Loss wie diesen jetzt hier natürlich ganz klaren Kauf und wurden jetzt ausgestoppt und was wir jetzt sehen möchten, der Markt wird dünner, wie man sehen kann, die Liquidität geht zurück, was macht der S&P? Ja, der S&P hat auch hier mal wieder High-Volume-Node-Bildung, Cluster-Bildung am Hoch. Also es sieht definitiv immer noch long aus, wie man sehen kann, wurden ausgestoppt, der Markt zieht hoch, wir suchen jetzt den Re-Entry und zwar jetzt mit sechs Kontrakten, denn da oben kommen wieder Käufer rein und wenn die da gleich durchbrechen, dann bricht hier ein aufgeladene Ceiling und dann schießt er Richtung Tageshoch und am Tageshoch bei der 111 gehen wir mit weiteren zwei Kontrakten rein und dann kann er mit acht Kontrakten durchziehen. So, oben kommt wieder Liquidität rein und das ist natürlich ein Spielchen gewesen jetzt hier. Wird gehalten, der Markt trocknet aus, die wenigen aktiven Verkäufer haben einfaches Spiel hier runter zu jagen, äh, runter zu handeln und was ist? Die Käufer fangen dann wieder an anzuhalten und bauen dann auf und diese Spielchen hier, die spiegeln sich halt nicht wirklich im kumulativen Delta wieder, die sind nicht nachhaltig, ähm, das ist im Grunde genommen ähm, auch wieder etwas, was den Käufern dann sehr gelegen kommt, um da wieder aufzubauen. Sowas kommt auch häufig bei Liquidity Grabs vor, auch Stopphishings genannt und jetzt kommt da oben wieder starkes Verkaufsinteresse rein, also Liquidität und dementsprechend wieder eine mögliche Map, in die der Markt handeln kann oder in dessen Richtung der Markt handeln kann. Liquidität ist immer sehr wichtig, denn der Markt läuft in Wellen und der Markt sucht immer Käufer und Verkäufer und da oben haben wir gerade sehr viele Verkäufer. Verkäufer haben wir auch, sowohl passiv als auch jetzt überwiegend aktiv, hier schön durchpushen durch die Verkaufsliquidität, oben wieder eine Big Order nach 125. So, den Trade haben wir jetzt das Tageshoch rausgeholt, nicht wirklich stark, ist jetzt ein schwaches Hoch, das ist noch nicht alles, also da ist noch auf jeden Fall viel mehr Potenzial. Wohin? Mal mindestens, mindestens, hier auf die Kante, auf die 136 im Optimalfall, das wären jetzt mal immer noch mindestens 80 Ticks, die würden wir auf jeden Fall noch abwarten, das ist dann hier die 15.136, die muss er mindestens holen und die wird er auch höchstwahrscheinlich holen, weil wir hier auch zwei sehr interessante Hochs hatten, die hier am Vortag abgelehnt wurden, wie man sehen kann, das Tief, die versuchte Ablehnung, die wird dann hier gebrochen, ist gescheitert, dann die erste Korrektur Ablehnung, die zweite Korrektur Ablehnung und genau dieses hoch, dieses lokale hoch, das wollen wir jetzt hier vom Vortag holen. Ja und noch tut sich der Markt schwer, aber wir sind immer noch im Low Volume, sind immer noch in der Preisfindung, wir sehen da oben immer noch sehr starkes Handelsinteresse, vor allem mal der 150, kommt jetzt auch, ist schon seit Stunden über, eine Menge Liquidität, ein größerer Marktteilnehmer da oben auf seine Ausführung war, wir können doch dasselbe auch noch mal kurz im S&P machen, dass wir uns mal hier die Liquiditätszone anschauen und hier sieht man auch vermehrt sehr starke Käufer, nach dem Pullback die Absorption, erneute Ablehnung, starke Käufer und jetzt wollen wir auch hier wieder die Absorption dieser aktiven Verkäufer sehen, die Käufer decken sich hier ein und bauen dann wieder in Richtung der, ja ich würde mal sagen 406 auf, das sieht gut aus, auch im S&P immer noch lang, da bauen die Käufer wunderbar aus, ja, Nasdaq haben wir jetzt nicht mehr lange, bis zu unserem Ziel noch 136 und 128 also noch knapp 40 Ticks im Grunde, noch viel ist es nicht, aber er tut sich hier schon schwer, deswegen wir sichern ab, nehmen die 3,6 mit, warum? Ich habe jetzt ja das bis zur oberen Spike gemacht, zur oberen Kante, aber die bestätigten Hochs, die waren hier an der 27, das ist jetzt genau da, wo er abgesichert hat, beziehungsweise abgelehnt hat, das ist in Ordnung, da sichern wir jetzt einfach mal ab und wir würden dann im Grunde genommen, wenn die Preise jetzt hier akzeptiert werden, ich kann mir vorstellen, dass es jetzt hier gleich zu einer möglichen Range kommt, dass er jetzt hier in diesem Berg vor allem dann anfängt, erstmal seine Position aufzubauen, der Markt, sein Fundament zu bilden und wir sind jetzt hier genau in der Mitte und in der Mitte wollen wir nicht traden, also wenn überhaupt dann an den Extrempunkten, hier im Tief, dann die Long Ablehnungen, hier im Hoch, mögliche Breakouts oder Short Ablehnungen, eher dann die Breakouts, aber im Optimalfall sucht man dann hier in dem Bereich unter dem Berg die Longs nach Breakouts, genau, und dann würde man schauen, ob die Preise hier dann auch weiter nachhaltig bestätigt werden oder eben nicht. Wir sind jetzt 3.390 vorne, ich meine, uns fehlen jetzt noch 4.200 Dollar, das wäre vielleicht nur noch eine Handelssession wie diese und ja, deswegen würde ich sagen, machen wir auch schon Schluss für heute, das Video soll noch überwiegend lang werden. Wir werden auch das nächste Mal wieder hauptsächlich nach Orderflow scalpen und ja, die nächsten Videos, Lehrvideos, die Lessons, werden auch darauf ausgelegt sein, dass ich dir einfach mal ein paar Orderflow Setups zeige, wie man den Orderflow richtig analysiert, wie man Bookmap richtig nutzt, denn viele verkaufen das als etwas super exklusives, ja, den heiligen Graal dahinter, dabei ist es auch nur wiederum ein Werkzeug der Datenverarbeitung und was man mit Bookmap machen kann, was man damit nicht machen kann, das wird es in den nächsten Lessons geben und vor allem, wie man denn gewisse Setups dann auch tradet. In unserer Scalping Mastery haben wir fünf Haupt-Scalping-Stile, einer dieser Stile ist das Orderflow-Scalping und da gibt es auch mindestens acht Situationen, bis acht bis zehn Situationen, die man dann aus dem Orderflow immer wieder traden kann und ja, einige haben wir jetzt hier heute gemacht, getradet, also waren jetzt hier die ersten Longs abgesichert, dann die Re-Entries gesucht, den Pullback haben wir leider verpasst, das war sehr schade, da hat man auch eine wunderbare Absorption an der 55 gehabt, ja, war wie gesagt schade, hätte man wunderbar Long reingehen können, da haben wir den zweiten Long Trade gemacht, wurden einen Tick genau ausgestoppt, sind durch diesen Impuls nicht wirklich, ja, wurden dadurch nicht wirklich irritiert, haben uns schnell wieder angepasst, der Pullback wurde auch relativ schnell wieder bereinigt, und dann haben die Käufer wieder Richtung Tageshoch durchgepusht, wir haben unsere Position ausgebaut und da oben jetzt liquidiert und das ist auch das, was ich dir raten würde, taste dich da langsam ran, schau, dass du mit den ersten 2-4 deine Initial Position aufbaust und wenn der Markt dann anzieht, wenn der Markt dann für dich anläuft, dass du dann in dem Momentum oder in das Momentum deine Position ausbaust und dann halt so einen richtigen Läufer hast oder so eine Schneekugel, ja, so ein kleiner Schneeball, der sich dann zu einem Riesenball entwickelt und dann bist du auch auf der sicheren Seite, wenn du sofort mit 8 oder 10 Kontrakten reingehst, dann mag dich vielleicht hier fälschlicherweise dann ausstoppen, das ist natürlich ein viel größerer Schaden, als wenn du da oben jetzt mit nur 4 Kontrakten oder 2 Kontrakten rein bist und ausgestoppt wirst und wenn der Markt dann für dich läuft, dann gehst du weiter rein und das ist das, was die wenigsten können, die meisten können in der Verlustposition nachskalieren, aber die wenigsten denken mal nach, wenn der Markt auch für einen läuft, einfach in diesen Gewinnpositionen weiter auszubauen, denn wenn nach wie vor alles dafür spricht, ja, wieso sollte man da dann dementsprechend ja Angst haben, seine Position weiter auszubauen, wenn das Risikomanagement es doch hergibt. Gut, in der Hinsicht war es das auch schon, als du, ja, wie gesagt, an einer Evaluation partizipieren möchtest, dann melde dich gerne bei NextProbTrader an, die haben jetzt noch bis Mittwoch eine Rabattaktion, bis zu 40% Rabatt und wenn die Rabattaktion vorbei ist, kannst du immer noch mit dem Code Tralgo10 bei deinen Evaluation sparen und das Ziel dieser Challenge ist es ja, bis zur ersten Auszahlung hochzutraden, das Kontext hochzutraden, deswegen peile ich mal an, dass wir hier noch eine Evaluation beziehungsweise eine Session in der Evaluation haben werden und da machen wir den Sack zu, bauen noch hier 4200 Dollar, 4125 Dollar und danach bauen wir auch das Fundent-Konto relativ schnell auf und schauen, dass wir auch die ersten Auszahlungen dann mitnehmen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, ich hoffe, du konntest das ein oder andere mitnehmen, freue dich auf die nächsten Videos auf diesem YouTube-Kanal, falls du mir noch nicht folgst, falls du mich noch nicht abonniert hast, dann lasse mir gerne ein Like da, abonniere meinen Kanal und verpasse nicht die nächsten Videos, denn in den nächsten Videos gehen wir dann auch näher in die Thematik der Setups ein, was kann man überhaupt traden, was sieht man so im Orderflow überhaupt, wie kann man die Daten und Informationen zu seinem Vorteil nehmen und ich versichere dir, dass die nächsten Videos nicht so lange auf sich warten lassen werden, ja, denn aktuell sind wir, was unsere zeitliche Planung angeht, Gott sei Dank wieder etwas flexibler. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche und, ja, in der Hinsicht bis zum nächsten Video, bis bald. Bis bald.